Hi Coaches, Jugendleiter, Eltern und Kinder. Herzlich Willkommen auf der Trainings- und Lernplattform von Advanced Football. Kurz zu uns. Wir sind Torben, Quado, Marian, Joscha und ich, Sakko. Wir fünf arbeiten jeden Tag an unserer Vision. Dazu gibt es noch Paul und Ralf. Die Firma wurde 2017 gegründet. Die Vision? Möglichst vielen Kindern und Jugendlichen ein besseres Training ermöglichen. Besser heißt, mehr Spaß, mehr Spiel und auf einem aktuellen Stand. Damit wieder mehr Kids mit dem Sport anfangen. Möglichst viele dabei bleiben und wir hoffentlich endlich mal wieder eine WM gewinnen. Dafür haben Joscha und ich unsere Jobs in Nachwuchsleistungszentren an den Nagel gehängt. Und sind all in gegangen. Um eine Lösung zu entwickeln, die es noch nicht gibt. Dafür haben wir uns nie Geld von Investoren geholt. An uns ist kein Großkonzern beteiligt. Denn das bewahrt unsere Unabhängigkeit. Jeden Euro, den wir ausgeben, müssen wir vorher verdienen. Die meisten dieser Euros geben wir für unser Team aus. Quado kam aus den USA über Umwege nach Deutschland. Er war als Trainer einer F-Jugend aktiv neben seinem Studium. So haben wir ihn in Mannheim kennengelernt. Seit drei Jahren macht er bei uns Videos und Social Media. Auf Deutsch und Englisch. Tom hat sich beworben. Ihm hat der Job für einen Landessportbund keinen Spaß mehr gemacht. Zu bürokratisch und eingefahren, wie er sagt. Marian ist seit der ersten Stunde ein Teil von Advance. Er kam ein Jahr nach Gründung, also vor fünf Jahren dazu. Joscha kannte ihn auch aus dem Studium und umgekehrt. Er hat sich alle Fähigkeiten im Laufe der Zeit angeeignet, um unser Head of Content zu sein. Alles, was ihr lest, hört, seht und spürt, kommt aus seiner Feder. Oder wurde zumindest vorher kritisch von ihm beäugt. Joscha kenne ich seit der C-Jugend, also knapp 15 Jahre mittlerweile. Er ist bei uns für die Kundenprojekte und deren erfolgreiche Umsetzung zuständig. Wenn ihr einen geilen Workshop braucht, dann macht ihr ihn euch. Und ich bin Sakko. Eigentlich ja Sabahudin, aber das kann sich kein Mensch merken. Meine Eltern sind aus dem ehemaligen Jugoslawien, falls sich das jetzt jemand fragt bei dem ungewöhnlichen Namen. Ich kümmere mich mit Torben zusammen um unsere neuen Videos sowie um die Produktentwicklung. Ich stelle mir also regelmäßig die Frage, was könnten wir noch machen, dass ein Verein oder ein Trainer das Leben vereinfacht wird. Wenn du über uns sprichst, unterstützt du eine Fünf-Mann-Firma aus Mannheim. Wenn du uns empfiehlst, empfiehlst du ein paar idealistische Jungs. Wenn wir ein Projekt umsetzen, dann benutzen wir die Code für die Weiterentwicklung unseres Angebots. Wenn dir also gefällt, was wir anbieten und machen, dann sprich über uns. Empfehle uns und mach ein Projekt mit uns, wenn du willst. Hilf mit, unsere Vision einer besseren Fußballwelt für den Nachwuchs wahr werden zu lassen. Hilf mit, unsere Vision einer besseren Fußballwelt für den Nachwuchs. Untertitelung des ZDF, 2020